hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft hier bei exitus hd diesmal wieder aus meiner sicht ich bin der georg und mit dabei ist wie immer der raphael hallo ja ich muss mich jetzt beeilen es wird nämlich wie ihr seht dunkel wir sind glaube ich in der fünften folge des projekts ja es läuft es läuft wo es wird dunkel mit dem dann gleich wieder okay ist es sein okay erst drei Uhr morgens b upp das fällt immer größer bis hier mal viel mehr terraformen machen erhalten gerade nie helfen stimmt fackel falsch platziert wir müssten hier dann noch am zaun ein paar fackeln platzieren damit hier nicht so viele viecher spawnen alter die kuh ist so dämlich die bringt sich selbst um so wie der elf samen dazubekommen alter und es leckt das leckt ja am server hat sie gerade irgendwie komisch geruckelt gut ich komme schnell zum schlafen ein steak zum abendessen das ist lecker aber wo ist weg ich habe nichts mehr zu messen wo ist hühnchen das schiebe ich wieder in den ofen hh schieben hh scheiße so warte ich schiebe das noch hinterrufen guten morgen to lulu creeper verdammt warum 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 rafael warum musste diese krieger jetzt hier einfach selbst begehen scherzaktien spekulanten ich hasse den typen zu b b angeboten ich glaube warum war das ja von der angebot das täglich ja das sind zu gründen das war abzusehen dass jetzt gleich zu schauen will er ist ja aber wir haben 17 Knochen richtig geil ganz viel Knochen will ausmachen die hier und noch nicht mehr ist noch etwas voll an also wo Samen findest Prozent die sie mir n die die läuft gerade ist sauwelle Mucke Keine Ahnung was das ist Oh Mann was mache ich immer mit dem Master verdammt Wotwotwotwotwotwot Ach ja ich habe vor Nacht gesehen ob Fraps mit Ton aufgenommen hat hat das natürlich nicht Recht setzt Ja Ich habe keine Ahnung woran das liegt Ah hast du die richtigen Einstellungen da gemacht auch Bei Movie Sound Capture Settings Record Windows 7 und das andere Record Record Windows 7 Sound Multichannel Record External Input Und Ja sonst gibt es eh keine Audio Einstellungen Aha Komisch Aber gut du hast dir über TeamSpeak glaube ich das aufgenommen Ja zum Glück Hat das da den Ingame Sound auch aufgenommen? Ne das leider nicht aber das ist dir nicht so wichtig Alter ernsthaft Das werden wir schon fixen Ich glaube es wäre besser wir nehmen bei dir Dextory weil Du hast nicht so viel Platz glaube ich oder Festplatte Nein doch ich habe jeden ein Terrabatt Hm okay Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen so Ja Samen bräuchten wir Hey da ist ein Steak Ja genau Slaps brauche ich Wie gehen denn die nochmal So okay Verdammt ich habe gerade viel zu viele Slaps gemacht Alter das sind doch viel zu viele Slaps Wie hast du gemacht? Ah zu viele Verdammt Jemand ist gerade in den Server Remote reingegangen Ich hoffe die stoppen hier nicht gerade den Server Das wäre jetzt sehr dumm Ja So machen wir so zu forte Geile Mucke hier im Hintergrund richtig nice die Jo okay und der Fakt du bist es um im Vorhaber nichts nichts Jo r Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alter! Hättest du dich so aufgegeben? Oh, bisschen! Ich hab viel zu viele Slaps gemacht. Mhm. Weltuntergang. Nee, aber das war nicht das, warum ich mich aufgeregt habe. Ich habe mich aufgeregt, weil ich hier einen Slap ins Wasser reingesetzt habe und ich dadurch den Eimer wieder holen musste. Okay. Ah, die Grafik ist echt geil mit dem Texture Pack. Wahnsinn. LB-Photorelisten war einfach immer schon mein Limits Texture Pack. Ja, ich verwende eigentlich E-Mails Fax als Stock und das gefällt mir eigentlich am meisten. Sorry, ich muss hier kurz was schreiben. Ah, jetzt weiß ich schon wieder, wer im Remote drinnen ist. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Ja, was soll ich da noch sagen? Nur Spaß noch merken hier. Hast du Samen? Ich brauche Samen, verdammt. Wir haben hier viel... Ich habe etwas hingegeben, aber ich sah nur viel. Oh Mann, hier beschwert sich wieder einer über die Server. Hm. Moment, sorry. Verdammt, ich habe Hunger. Mann, was schreibt der so viel? Äh, ekelhaft. Ekelhaft, was? Wo, ja, wo? Äh, ich habe gerade gelesen, dass in der Harvard-Universität, äh, ein Buch, äh, gefunden wurde, das in Menschenhaut eingewickelt worden war. Ihh. Wie sieht es denn mit der Farm bei dir hier drüben aus? Ja, kannst du dir anscheinend, das ist irgendwie witzig. Egal. Egal. Soll ich gleich noch dazu nebenan eine Kuhform machen? ja auch in den berg rein so ja sorry ein kleines hühnchen ist hier gerade weggelaufen hat einmal zaun habe ich ja noch nehme ich jetzt aber die heißen spielzeuger den gibt es viel schneller ja die packen hier irgendwie raus nach verdammt jetzt sehe ich es ja sorry hier ist der zone nach das abschon 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 sorry sorry jetzt sollten sie aber nicht mehr sollten alter wie das ding da drinnen backt aber ich frage mich über den das ist ein buch eingewichtigte alter wie eklig ich darf derzeit anbieter wer das macht er hat amerikaner ja eh aber zu hitlers Zeiten hat sehr Prozent was zu hüttlers Zeiten was redest du von hüttler hüttler also ich hab hüttler verstanden ich denke wir gerade so Worte fragt er hat ja auch irgendetwas mit äh verschiedene Sachen mit Menschenhaut gegeben echt ja ich glaube sicher ähm sicher Lampen waren das Leute äh die sind ist die Haut erwähnt worden die was zum Tattoo gehabt hatten aber ganz ehrlich verkauft sich so etwas das ist ja hä jiii ja war ne komische Zeit alter der Stein hier biss mich jetzt an sorry wenn man hier jetzt nix zu sehen kriegt oh so ein hübscher Stein aus dem aus dem die richtige Wienmann ne hat nichts mit Fußball ist ich habe aber um ich glaube zu meinem Opa muss ich mal weil der hat ja so ein geilen Sony Plätze springt und bei dem hat das einfach so eine geile Premium-Grafie zu sehen Auf unserem alten Philips-Hall-Ready ist jetzt ja scheiße zum Gucken. Ich würde die WM nur rein wegen der Quali ansehen. Wie müssen wir wegen der Quali? Ja, also wegen High Definition im Fußball. Das ist einfach geil. Viel besser als das ganze andere Zeug. So, zwei Minuten noch. Dann würde ich lieber viel verzocken. Hast du zufällig noch ein paar Fackeln? Ach ja, könnten wir vielleicht pennen gehen? Ich hab Fackeln. Okay, dann brauchen wir nicht pennen gehen. Könntest du da auch eine zufällig hersetzen, please? Wo? Hier, wo ich bin, hier im Eck. Hier so. Ja. Perfekt, danke. Warte, ich setz die um. Ich bin, hier im Eck. Du hast nur noch um eine Minute. Nie, nie. Nie, bitte wie? Ich verstehe dich gerade nicht ganz korrekt. Hast du zufällig noch so ein Sound-Tour? Nie, sorry. aber warte aber warte so ah ja, Jess Aimbot Leute, Leute, wir haben die fünfte Folge gut überstanden wir sind fast nicht gestorben gestorben das wollte ich gerade sagen wir sind wie nicht gestorben eigentlich im Vergleich zu manchen anderen Projekten gut wir sehen uns wieder zunächst Folge und Abonnier kommentieren und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss und bis bald muh 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 muh